J-Kl., Anleitung, 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 Anleitung! Wicht du, Alter? Bist du bescheuert? MaxWaite, Anleitung und Anleitung, Anleitung Derließer-Hörer-Lovedo ist mit dem Lied. Oh Gott, der Mist. Ja, ist egal, Alter. Das stimmt doch, ey. Der dumme Wichser da drüben. Was? Ich war hinter dir. Am Ende vom Kabel, Alter. Ja, ja. Geruhigt euch, Mädels. Komm mal her, der kriegt gerade eine mit, Alter. Schlamm catchen könnt ihr morgen noch. Das wird schon hundertmal gesagt und ihr rennt immer noch einfach weg. Kevin, Kevin, halte ich da raus. Das ist, glaube ich, das Beste. Also sie streiten sich gerade, weil Amiro letzte Folge verreckt ist. Ja, dreimal, weil ihr immer vor mir wegrennt. Weil der immer vor uns wegrennt. Ich habe doch gesagt, lass dir erst in die Höhle gehen. Schon klar. Ja, ich bleibe jetzt bei dir als deinem Bodyguard, okay? So ein kleiner, schlechter Typ, wo ich gerade so ein Baban habe ich gearbeitet. Jo, hier ist eine Truhe, Alter, zu meistern. Die Folge mache ich noch mit, ich muss ja jetzt eigentlich nicht abhauen. Zu später. Wie sehr. Was für eine Truhe, Alter. Da hinten war eine Truhe. Ah, da war nur Müll drin, Alter. Ja, schon. Das hätte ich mal vorher noch sagen können, dass da nur Müll drin ist. Ich weiß ja nicht, bei jedem Müll ist ja was anderes. Ja, aber im Normalfall ist ich mit Müll drin, ist bei jedem Müll drin. Muss nicht sein. Im Normalfall. Locker, Alter. Hey, yo. Was willst du mich klatschen? Ich steine in den Kopf. Lerne erst mal sprechen, bevor du dich so rumstotterst, Alter. Du bist so ein Opfer. Spinnen gegen Spinnen, Alter. Fight fire with fire. Die Spinn gewinnt. Ja, der war gut. Falle. Scheiß auf den riesen Baumstamm mit Stacheln, der auf dich draufschlägt. Alter, voll schnell unterwegs. Oh, boah. Wer hat die fette Elektroattacke gerade gemacht? Von euch. Wie sah die aus? Da waren so vier Elektro-Bälle und dann hat es so gemacht. So durchs Spielfeld durch. Nee, das Einzige, was ich mache, sind so explodierende Teile. Ja, die sahen so blau aus. Oh, fettes Zeug in der Ding. Ja, bei mir sind sie nicht blau, sondern rot. So eine rote Scheibe, die rumfliegt. Und dann explodieren die Gegner. Hey, Baba, komm mal her. Baba, wer ist der Baba? Da, der Haft-Baba. Da ist irgendwas des Gemetzels. Nimm das mal. Irgendwas des Gemetzels. Ah ja, das soll voll geil sein, habe ich gehört. Gemetzel gut, was? Tüte Deutsch. Drei Geld 50, ja. Yo, wir haben das Ende der Höhle erreicht. Nicht mal wieder, nicht mal ein Endgegen oder sowas? Nein, das ist ja... Boah, die Höhle ist noch nicht fertig. Oh, 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 da ist er ja. Ja, kommt mal alle wieder zurück. Alter, ihr seid doch so kacke. Jetzt bin ich schon raus. Ich habe mir doch gedacht, dass die Höhle noch nicht fertig ist. Also ich und Miro warten hier draußen, oder Miro? Ja, lasst mal die anderen sterben, denkt sich Miro jetzt. Der hat eh keinen Bock mehr mit uns zu reden, glaube ich. Wir haben ihn so vertrieben gerade. Nein, ich und Navic, wir sterben nicht, Alter. Ihr seid du und Navic. Ja, genau. Wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid zu zweit. Das war so kacke, das laufst du gar nicht. Ja, das ist der einzige Unterschied, warum ihr nicht sterbt. Das ist halt so, wenn man halt nicht alleine rumrennt, Alter. Aber ich habe einfach meinen Mic ausgemacht. Ja, wir haben den Stab und dann verpissen wir uns jetzt weiter. Quest beendet. Ja, verpisst euch. Nicht so schnell, Alter. Boah, Alter, nein, da ist nochmal einer. Fuck. Attablieb kriegt aufs Maul. Nicht schlucken. Nicht schlucken. Nicht schlucken. Das funktioniert nicht. Alter, die, 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 die Viecher greifen, die anderen Viecher an. Voll geil. Ich habe den Arsch, die dreckigen Raten. So, alles im Alleingang verprügelt. So, Stufe 13, meine Niggas. N-Bombe, N-Bombe. Auf Vollgas. Aber ich darf das, weil ich strahlt bin. Ja, stimmt auch wieder. Boah, danke fürs Heilen, Miro, Alter. Wie war das die Regeln? Nicht körperliche Geräusche ablassen ins Mikrofon. Der hat so schön im Heiz. Er hat vorgesagt, nicht körperliche Geräusche aus dem Mund. Und ich habe gesagt, äh, nicht unbedingt. Okay. Also, nicht unbedingt ins Mikrofon furzen. Ja. Satz oder so fast keiner. Außer wenn Kevin einen abzieht, Alter. Das habe ich ja gefragt. Ich würde nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Nichts, dass ihr nachher mit dem Gehörschaden davon kommt. Sehr schön, Opfer. Sehr schön, Opfer. Wie sie alle in dem kleinen Gang dastehen, Alter. Miro hat einen Erfolg. Oh, Kevin, der war geil. Wie ich die Trommel explodieren lasse, nur mit Geisteskraft. Ja, aber voll. Lass mal so erkunden, nun, Bang. Wie lange haben wir noch? Ach, zehn Minuten. Nein, äh, acht Minuten. Ja, easy. Sismaster hat folgenden Wegpunkt gefunden. Uh, Patrick kann auch lesen. Seine Mutters Pussy. Mäh. Fett, Alter. Fett. Ich kann jetzt meine Zombi-Hunde explodieren lassen, Alter. Hopp auf Kommando. Hast du jetzt so ein Selbstmord-Kommando gemacht? Ja, das war Opfer. So heißt das Ding, was ich bekommen habe, Alter. Aber Selbstmord-Kommando hört sich viel besser an. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Du meinst beim Thema, dass sie mich knallhart wieder fast alleine lassen mit Champions? Pienz? Alter, ich war doch da, Alter. Ich war doch da, Alter. Ich war doch da. Ja, du schon, aber die anderen zwei rennen weiter. Wir haben ja genauso gute Probleme wie ihr. Du hast generell viele Probleme, Alter. Du hast schon wieder an den Champions so beigerannt, weißt? Ich stand neben euch. Ja, dann sag Champion und dann drehen wir um. Jumping young. Ich hab keinen Bock, das Mic die ganze Zeit hoch und runter zu nehmen, Alter. Ich muss noch meine Hand zum Zug, aber ich... Alter, dann klemmt ihr zwischen dein T-Shirt, Alter. So hat sich gemacht. Raus, da hin. Klebst du am Kopf, Alter. Ich hab einen Live-Mic in der Hand. Wo soll ich denn das hinhängen, Alter, du? Also ich hab mir noch extra vorher einen Haken oben in die Hand gedreht, damit ich mir mein Mikrofon da ranhängen kann. Klebst du auf die Stirn, Alter. So nach unten. Level 4, 2. Mit Panzer-Tächt, Alter. Ich kenne die Idee vom Peak gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich klebs mit Klebeband an die Hantoberfläche. Moment, ich hab grad neues Labo. Wir haben's gesehen. Ja, gut. Ist gut, doch. Alter, diese Scheiß-Gift-Pflanzen. Leck mich am Arsch. Vito, mach mal heile, heile. Das Schienzug kriegt einer aufs Maul. Heile, heile Säge. Drei Tage Säge. Drei Tage Schnee. Und alles ist okay. Ach, ihr seid da unten am Fighten. Sag doch was. Nee, wir braten hier einen Schnitzel. Ja. Schnitzel. Alter, dreimal das Scheiß-Mische schmettern auf die Bäume und die sind kaputt. Ja. Dafür liebe ich so'n Berserker einfach. Schau mal, der Explosionsradio ist jetzt von meinem Linksklick. Leck, wie geil, Alter. Alles fängt's in die Luft, Alter. So, wir haben den Schrein der Gunst, Alter. Das heißt, wir sollten erst heute Sachen finden. Sollten. Sollten, aber kommt wahrscheinlich eh nie was. Bo, bo, was liegen denn jetzt? Das ist für Arsch. Ja, Kevin. Du Ratte. Das ist schon armselig, wenn man sich selber Ratte nennt. Ja. Kommt mal hier hoch. Wir sind dabei. Gut. Hier geht's auch auf, was toll ist. Wir folgen dir unauffällig, Alter. Ja, ich seh's. Ihr guckt mir doch bloß auf meinen geilen Arsch. Ja, wie in der ersten Folge, Alter. Jo. Back to the roots, eh? Mach mal heile, heile Gänzle, Alter. Yeah, da hat's den Kopf einfach mal knallhart weggesprengt, Alter. Hast du's gesehen? Hey, ich hab hier was mit Geschicklichkeit. Komm her, Süßer. Level ab, wenn ihr also kurz mal warten würdet, bitte. Ja, ja. Dein Ding, du. Ich hab ne neue Rune gekriegt für den Hieb. Der Hieb ist auch cool. In deiner Mutter. Aber ich bin lieber mit Spalten unterwegs und lass meine Gegner explodieren, wenn ich sie töd. Also ich hab immer ein Hieb und, äh, das Schmettern drin. Mit dem Hieb betäube ich dann die Gegner, mit dem Schmettern betäube ich die Gegner nochmal. Eigentlich betäube ich die ganze Zeit nur. Und dann mach ich Erdbeben und dann sind sie alle. Was will der Jack-Ass-Boy von mir? Ich brauch keine Halltränke. Gut, ne, ich seh halt wieder. Ich hab selber 30, Alter. 300.000, Alter. 300.000. 400.000 Euro, ey. Ey, Leute, Leute, wir stehen hier unseren, unseren Schrein in dem Boden und jetzt ist er weg. Ah, ne, Mist. Aber immer noch haben wir noch den Erleuchteten. Ja, den hab ich vorhin geholt, Alter. Wir haben noch mehr Erfahrung, also gehen wir mal weiter, hä? Jo, und ich würd sagen, wir machen gleich mal einen kleinen Break. Dann bin ich gleich mal vague. Du bist so vague. Ja, gleich schon. Snitches must be Hayden auf jeden. Hayden. Also dann machen wir hier Finish, oder? Bleibt mal stehen. Wir sagen, adieu und tschüss. Peace. Peace. Tschöne.